Herzlich Willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch das In Schönheit Sterben Bundle von Zero Zero. Alle weiteren Informationen zu dieser EP, der Tracklist und dem Bundleinhalt, sowie natürlich auch die Links zur EP und zum Bundle findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. In Schönheit Sterben von Zero Zero, das Ganze am 31. Mai erschienen. Wir haben hier einmal die EP an sich, dann eine Autogrammkarte, ein Poster und ein Shirt. Gut, nachdem hier das Ganze noch in Folie ist, also zumindest das Shirt und die EP an sich, werden wir das Ganze mal aus der Folie befreien. Einmal das Shirt, jawohl, und dann natürlich auch noch die EP. So, am besten hier auf der Seite. Gut, wir starten wie immer mit dem Album, beziehungsweise in diesem Fall mit der EP an sich. So sieht das aus. Hier oben lesen wir In Schönheit Sterben. Hier unten haben wir den Interpretentitel Zero Zero. Und dann haben wir hier die beiden Herrschaften, die dieses Duo bilden. Also, links haben wir Chico und rechts Chaser One. So sieht das aus. Die beiden dürften hier vor einem Kiosk stehen und hier wird wohl getrunken. Okay, was lesen wir hier im Hintergrund? Das ist natürlich Nostalgie pur. Center Shock kann man hier lesen. Ich hoffe, man kann das halbwegs erkennen. Ja, und auch so vom Design her ist das für mich Nostalgie, denn es erinnert mich ganz stark an diese damaligen Sachen von Prince of Bel-Air. Weil das war auch so farbenfroh und so türkis-gelb. Also sehr, sehr schön das Ganze. Und in meinen Augen ist es daran angelehnt. Vielleicht auch einfach nur Zufall. Hier lesen wir dann auch wieder In Schönheit Sterben und Zero Zero. Und auf der Rückseite haben wir dann die Tracklist. Also wir haben hier insgesamt fünf Tracks drauf auf dieser EP. Und dann haben wir noch die Remix-Varianten jedes Tracks. Also hier insgesamt dann zehn Tracks, fünf reguläre Tracks und dann fünf in der Remix-Variante. Da wurden ja schon diverse ausgekoppelt. Also unter anderem Blond gibt es ja ein Video dazu mittlerweile. Früher gibt es ein Video und Pussy. Also ich glaube drei Tracks wurden bislang ausgekoppelt. Die beiden meines Wissens noch nicht. Dann haben wir unten die Credits und einen Barcode. Dann schauen wir mal hinein. Als erstes kommen wir zum Booklet. So. Jawohl. Es geht doch. Es ist echt mal erstaunlich, dass die beiden es geschafft haben, bei einer EP die ganzen Lyrics mit reinzupacken. Oftmals hat man bei der EP wirklich einfach nur so einen einfachen Einleger und gar kein richtiges Booklet. Und die beiden haben es geschafft, nicht nur ein normales Booklet reinzumachen, sondern auch wirklich die Lyrics. Also das freut mich schon mal sehr. Wir haben hier wirklich Wort für Wort abgetippt. Zum Mitlesen, zum Nachlesen, zum Mitrappen. Also ihr seht echt jede, jede Menge Text hier mit dabei. Das Booklet wie auch das Cover sehr farbenfroh. Jawohl. Also alle fünf Tracks hier mit drauf. Und zum Abschluss lesen wir hier noch, danke für deinen Support. Hier die beiden Herrschaften abgebildet. Ja, habe ich gern gemacht. Danke für diese EP. Hier auch nochmal beide abgebildet. Kann man eventuell auch als Wendekover verwenden. Ich werde es mal beim regulären Belassen. So, dann haben wir die CD. Die sieht so aus. Und dann hier Interpret plus Albumtitel draufzulesen. Okay. Rückseite wie auch generell das Artwork hier wieder sehr farbenfroh. In Lila, Gelb, Türkis, Rosa. Alles mit dabei. Dann haben wir eine Autogrammkarte, auf der sind wieder beide Herrschaften in den schwarzen Jacken abgebildet und hier mit Silber im Stift unterschrieben. Sehr schön. Also das sind auf jeden Fall Originalunterschriften. Das Ganze im Hochformat und die Rückseite blank weiß. Dann haben wir mit dabei ein Poster und jawohl, auch dieses wieder sehr farbenfroh. Wir haben hier jetzt nochmal das Cover der EP. Jawohl, im Hochformat. So sieht das aus. A3 dürfte das sein vom Format und ist einseitig bedruckt. Und im Hochformat. Schöne Sache. Und als letzten Boxinhalt haben wir ein Shirt mit dabei. Und zwar sieht das so aus. In Schönheit sterben. Lesen wir auch hier oben wieder. Dann haben wir hier wilde Szenen, also Hochhäuser. Dann hier solche Gefahrensymbole, Feuer, Explosionen. Das ist wohl ein Zug, der wahrscheinlich gerade entgleist. Dann lesen wir hier 00 Mugi Magoo. Ich gehe mal davon aus, dass die Person hier das Artwork verantwortet. Ja, also. Sehr schönes Shirt in schwarz und weiß. Auf der Rückseite haben wir weiter nichts. Und wir haben jetzt bei diesem Shirt zu tun mit einem B&C Exakt 190. Und das Ganze ist, wo haben wir es hier? 100% Baumwolle und Made in Bangladesch. Grüße gehen raus. Und nachdem das Ganze über Distributions rauskam und auch wirklich nur über Distributions bestellbar war, dieses Bundle. Ich glaube, die EP gibt es auch wirklich nur in dem Bundle. Also rein so gibt es die EP meines Wissens nicht zu kaufen. Und nachdem das eben über Distributions gelaufen ist, ihr kennt das, kriegt man bei Distributions auch noch diverse Bonusinhalte. Also es gehört jetzt nicht wirklich zum Bundle dazu, sondern es ist einfach so dabei gewesen. Zusätzlich noch. Wir haben hier diverse Distributions-Sticker, dann Grimy-Sticker. Okay. Also jeweils drei Stück. Alles am Ende im Querformat. Dreimal Distributions, dreimal Grimy. Dann hier so Infoflyer zu diversen Releases, die in der Vergangenheit über Distributions erschienen sind. Beziehungsweise hier, das steht noch an. Okay. Und dann gab es auch noch ein Poster. Das sieht dann so aus. Also ist in diesem Fall ein Rough-Fiction-Poster. Sehr passend, denn die Jungs haben ja damals Zero Zero mitgehabt auf Tour. Oder haben die bei diversen Konzerten als Vorgruppe, als Support-Act mit dabei gehabt. Okay. Also, wie gesagt, dieser Bonus-Inhalt, dieser Sticker und dieses Poster, das ist nicht regulär dabei. Und das ist auch, glaube ich, bis auf die Distributions-Sticker Zufall, was ihr da erwischt. Aber es kann gut sein, dass dieses Poster hier von Rough-Fiction absichtlich dabei war, weil es einfach mehr oder weniger die Kollegen sind, das Umfeld ist. Wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in diesem Bundle befindet. Einmal das eben gezeigte Shirt in schwarz und weiß. Ah ja, was ich vergessen habe, Größe M. Denn die Größe gab es bei diesem Bundle frei zu wählen. Ich habe mich in diesem Fall für M entschieden. Ich glaube, von S bis XL oder XXL war alles dabei. Dann haben wir eine Autogrammkarte, unterschrieben von beiden Herrschaften. Das Poster einseitig bedruckt in A3- und Hochformat. So wie natürlich die EP mit 5 Tracks und 5 Remix-Varianten. Also insgesamt 10 Tracks. Jawohl. Das alles in diesem wunderbaren Bundle. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von der EP bzw. diesem Bundle. Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Zero Zero unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt euch auf. Ciao.